Ich darf gleich anschließen an den Christian, ich sage Willkommen, mein Name ist Max, ich trage heute vor zur internationalen Krypto-Regulierung, ich habe meine Folien auf Englisch, ich hoffe das geht in Ordnung, ich werde Deutsch dazu ausführen, vielleicht zur Einleitung kurz zu mir selbst, ich selber habe auch an der Universität Wien studiert, dort mein Magister gemacht, dann in weiterer Folge einen PhD in Australien und Österreich und habe zur transnationalen Kriminalitätsbekämpfung promoviert, habe in Österreich die Rechtsanwaltsprüfung und Richteramtsprüfung abgelegt und bin seit 2020 hauptberuflich im Krypto-Bereich tätig, bin hier Chief Legal Officer von Blockbit, bin in mehreren Aufsichtsräten international unter anderem in den größten Trade Associations oder Lobbying-Vereinen Europas in der International Association for Trusted Blockchain Applications und seit Anfang des Jahres auch Global Ambassador für Taxation im Bereich Krypto-Assets bei der GBBC, dem Global Blockchain Business Council. Was passiert zur Zeit in der Welt, vielleicht gleich dazu, weil ich ja gesagt habe, ich bin sehr sehr viel in den politischen Diskurs involviert, vielleicht ein bisschen mal schauen, was passiert gerade. Wir sehen weltweit, dass sich zur Zeit sehr sehr viel wieder tut. 2022 war ein Jahr des Stillstands, würde ich sagen. Der Bärenmarkt hat auch die, hat jedoch seine Auswirkungen nicht wirklich in Regulatorik gefunden. Ganz im Gegenteil, der Bullrun im Jahr 2020, 2021 hat im Endeffekt zu einem Bullrun während des Bärenmarkts für die Regulierung geführt. Wir sehen das am Beispiel, dass der EOSCO, die das erste Mal eine globale Policy Recommendation rausgegeben hat und hier Empfehlungen ausgesprochen hat, wie Krypto-Assets zu behandeln sind. Wir sehen das bei der Europäischen Investment Bank, die das erste Mal einen digitalen Green Bond geissued hat. Wir sehen das bei der FCA in Großbritannien, die neue Regeln implementiert haben für die Regulierung von Krypto-Assets, für Service Provider, die in Großbritannien tätig sein wollen. Wir sehen es aber auch bei der Deutschen Bank, die sich für eine Krypto-Lizenz in Deutschland beworben hat und hier auch ihren Nutzern die Krypto-Verwahrung anbieten will. Weiters aber auch HSBC in Hongkong, die vom Hongkong-Regulator, der sehr darum bemüht ist, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen, fast schon gedrängt wurde, Krypto ins Portfolio aufzunehmen. Wir sehen es in Frankreich. Die Societe Generale ist die erste französische Company gewesen, die eine Krypto-Lizenz in Frankreich erhalten hat. Wir sehen es in den USA. In den USA lange ein Thema, USA Law by Enforcement. Wir kennen das anderes Rechtssystem als bei uns. Die SEC hat eine große Power, bedeutet, dass ähnlich wie bei uns die Finanzmarktaufsicht dort die SEC, die Security and Exchange Commission die Service Provider überwacht und hier von Grayscale und BlackRock zuletzt sogenannte ETFs beantragt wurden, die mit Bitcoin hinterlegt wurden. War jetzt auch jüngst groß in den Medien, dass der BlackRock ETF tatsächlich confirmed wurde. Hat natürlich auch zu einem unmittelbaren Preisanstieg beim Bitcoin geführt und den Krypto-Essets im Allgemeinen. Gleichzeitig aber auch eine Spekulationsbubble offenbart, weil einige Stunden später das Ganze wieder eingebrochen ist. Wir wollen aber auch kurz nach Österreich schauen. Hier sehen wir, dass Bitpanda, die auch eine sehr große Exchange im europäischen Raum sind und hier hier viel, vor allem in Österreich eben auch operieren, gemeinsam mit der Raiffeisen-Landesbank hier eine neue Integration gestartet hat. Das heißt, international gesehen sehen wir, dass Krypto immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir sehen es im internationalen regulatorischen Bereich, dass Krypto seit dem Bullrun 2021 in aller Munde ist. Was sehen wir für Herausforderungen? Wir müssen zunächst einmal die Unterschiede realisieren, die bestehen zwischen Krypto-Essets einerseits, also wir sprechen jetzt von Bitcoin, wir sprechen von Ethereum etc. und klassischen Fiat-Währungen. Hier haben wir doch zwei Hauptbereiche, die ich unterscheiden will, nämlich vor allem im Hinblick auf die internationale Krypto-Regulatorik. Und zwar ist das zunächst einmal, dass es sich bei Krypto-Assets um eine Borderless Technology by Design handelt. Bedeutet, dass Krypto-Assets per se nicht an staatliche Grenzen gebunden sind und insofern es natürlich auch schwer ist, diese einzelstaatlich zu regulieren. Bedeutet, dass bei Krypto-Assets starten, jetzt plötzlich gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, gewisse rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, ein gewisses Regelwert, um eben diesen Krypto-Assets inhärenten Merkmalen Rechnung tragen zu können. Ich habe hier auch einige Quotes der FSB, also des Financial Stability Boards, geheileitet, die einfach auch darstellen, wie Krypto zurzeit betrachtet wird. Also vor allem eben die Sache, dass diese Speed of Transaction als Transaktionsgeschwindigkeit also ideal geeignet ist für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir haben das jüngst wieder gesehen im Krieg in Israel, dass im Wall Street Journal gleich auf Nachraten von Elizabeth Warren, den USA, der Senatorin. Plötzlich ein Artikel kam, dass die Hamas nur aus Bitcoin finanziert wird, wenngleich doch dargelegt werden konnte, dass die Hamas selbst bereits im Frühjahr 2021 gesagt hat, dass sie gar keine Bitcoin haben wollen, da Bitcoin öffentlich überall nachverfolgt werden können und jeder, der einen Blockchain Explorer auch nur halbwegs versteht, sieht, wohin diese Transaktionen gehen. Aber ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Konklusion ist auf jeden Fall der Satz, Blanket bands that make all crypto activities illegal can be costly, technically demanding to enforce. Bedeutet, das von dem man eigentlich abgehen sollte, ist dieser Ansatz, den auch einige Staaten verfolgt hatten, Krypto Assets am Anfang gänzlich zu verbieten. Das ist etwas, das wir im politischen Diskurs international immer wieder sehen. Wir haben das auch in Europa im Rahmen der Diskussionen zu Mika gesehen, dass viele Regulatoren Angst haben, ihre Souveränität zu verlieren. Es ist immer die Rede von einer Bedrohung des Finanzmarktes, des Finanzsystems, the critical infrastructure of financial economy. Dass hier ein insgesamter Verbot keine Lösung sein kann, ist aber relativ schnell klar geworden, da es dann hier immer ein sogenanntes Race to the Bottom gegeben hat. Ein Begriff, der ebenfalls sehr viel im internationalen Diskurs verwendet wird und bedeutet, dass wenn etwas in einem Staat verboten wird und es eine Borderless Technology wie Krypto ist, es nicht bedeutet, dass es schlussendlich auch zu Nullnutzung führt, sondern nur dazu, dass im Endeffekt Nutzer in jene Staaten gehen, in denen das Ganze erlaubt ist, beziehungsweise über diese Staaten operieren. Wie sehen wir den ersten großen Bereich, der Probleme macht in der internationalen Krypto-Regulatorik? Der erste große Bereich ist die unterschiedlichen Möglichkeit der Rechtssysteme und Herangehensweise von Staaten bei der Regulierung von Krypto-Assets. Ich habe hier auf dieser Folie dargestellt ein ganz interessantes Buch von Anne Bradford, Digital Empires. Und zwar ist hier aufgezeigt einerseits die chinesische Flagge USA und EU, sinnbildlich für das globale Krypto-Regime. Wir haben aus economical perspective das Sprichwort USA innovates, European Union regulates und China replicates. Wie können wir das Ganze runterbrechen auf rechtlicher Ebene? Auf der rechtlichen Ebene sehen wir, dass grundsätzlich in China im asiatischen Raum sehr viel von staatlicher Ebene ausgeht. Wir sehen, dass in den USA Regulierung mehr ein Bottom-up-Prozess ist. Bedeutet, hier ist eine Market-Driven Regulation. Und in der Europäischen Union ist immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt worden, dass wir möglichst ein reguliertes Grundrahmen-Framework schaffen, in dem Unternehmen operieren. Das Ganze aber dann auf internationaler Ebene zu verbinden und hier eben der Borderless Technology Rechnung zu tragen, ist Aufgabe der sogenannten International Standard Setting Bodies. Ich habe hier die wichtigsten International Standing Bodies aufgezählt. Es sind unter anderem auch die EOS. Wir haben hier eben das Financial Stability Board dabei, die OECD, die FATF, die Financial Action Task Force, die sehr, sehr wichtig ist bei den internationalen Bestimmungen im Bereich AML, also Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir haben dabei die World Bank. Man sieht, es sind alles miteinander Institutionen, in denen die größten Finanzplayer der Welt involviert sind. Und eben zum Beispiel unter anderem auch IOSCO, wie ich am Anfang gesagt habe, die eben auch sehr viel Einfluss hat auf internationaler Ebene. Jetzt stellt sich aber die Frage, es kommen Staaten zusammen mit sehr unterschiedlichen Rechtstraditionen. Diese senden ihre Gesandten, ihre Abgeordneten in diese International Standard Setting Bodies, die man sich ein wenig vorstellen kann, oft wie die Vereinten Nationen sitzt man zusammen als Expertengruppe und jeder versucht seine eigene Meinung zu pushen, beziehungsweise die Interessen seines eigenen Staates entsprechend zu fördern. Wie effektiv ist das Ganze? Und das ist etwas, das man vielleicht so ein bisschen im Diskurs diskutieren kann. Hardlaw versus Softlaw, vielleicht ein bisschen um aus dem Völkerrechtlichen zu greifen. Unterschied Hardlaw Softlaw ist den meisten bekannt. Hardlaw bedeutet geschriebenes Recht, Recht, das ich durchsetzen kann. Softlaw dagegen sind meistens nur Empfehlungen. Etwas, das ich rechtlich nicht bindend durchsetzen kann. Jedoch hat auch Softlaw gewisse Stärken. Und das ist eben so ein bisschen, um auf die Frage zurückzukommen, Are International Standard Setting Bodies Tufless Tigers? Also sind sie zahnlose Tiger, die kaum Rechtsdurchsetzung forcieren können? Naja, das ist so eine Sache. Wir haben einen Stufenbau in der internationalen, in der internationalen Regulatorik, die mal ganz oben anfängt mit diesen International Standard Setting Bodies, die zumeist auf einer vertraglichen Grundlage etabliert werden, also Multilateral Conventions and Institutions. Dann haben wir auch zwischenstaatliche Übereinkommen, also bilateral Übereinkommen zwischen einzelnen Staaten. Wir haben multilaterale Organisationen oder supranationale Organisationen, wie es die Europäische Union ist. Und dann haben wir die einzelnen Jurisdiktionen und am Ende des Tages sind sie bei uns unten bei den Individuen. Und wie schaut das dann aus? Bei diesen multilateralen Konventionen, bei diesen Standard Setting Bodies haben die im Endeffekt eine Durchsetzungspower. Wie gesagt, ist sehr, sehr abhängig. Grundsätzlich hat sich aber hier vor allem im Kryptobereich ein System etabliert, das man gerne als Naming und Shaming bezeichnen kann. Bedeutet, dass vor allem die Financial Action Task Force hier sehr stark war in den letzten Jahren und Staaten hinsichtlich der Einhaltung bei der Umsetzung nationaler Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bewertet hat. Bedeutet, es wurden zum Beispiel für Kryptoassets Empfehlungen der FATF ausgesprochen, dass gewisse AML-Verpflichtungen umgesetzt werden müssen. Und unter anderem ist die Türkei dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Die FATF hat das registriert, eine Empfehlung ausgesprochen, also hat sie gemahnt und in weiterer Folge, und da kommen wir zu einer anderen International Standard Setting Body, der sehr wichtig ist, die World Bank, die Bonität bzw. das Rating der Türkei heruntergesetzt. Und das ist natürlich ein massiver finanzieller Nachteil, den man als solcher natürlich nicht einfach hinnehmen will. Und insofern wird eine extrinsische Motivation geschaffen für diese Staaten, dass sie diese Soft-Law-Verpflichtungen der International Standard Setting Bodies auch in weiterer Folge umsetzen. Bedeutet, es ist zwar kein Hard-Law, aber am Ende des Tages ist es doch relativ effektiv. Neben der internationalen Regulatorik ist natürlich ein zweites großes Problem dieser Borderless Technology, dass es auch schon Cryptoassets per se inhärent ist, dass sie schwer uno acto zu regulieren sind. Wir sehen das an mehreren Punkten, die ich hier aufgezählt habe, also Public Perception und Adoption bedeutet die Öffentlichkeitswirksamkeit von Cryptoassets einerseits, andererseits auch, sind sie überhaupt relevant, also wie viele Leute nutzen Cryptoassets, also ist es im öffentlichen Auge etwas, das überhaupt reguliert gehört, weil die Leute sagen, ja okay, das benutze ich eh nicht. Da muss ich gleich dazu sagen, ganz spannend, neue Zahlen aus UK zeigen, dass mittlerweile wirklich schon in Großbritannien fast 10% der Bevölkerung Cryptoassets haben und traden. Also die Adoption nimmt natürlich zu mit dem Use Case der Cryptoassets. Public Perception, die meisten assoziieren Cryptoassets noch immer mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, beziehungsweise auch zunehmend mit Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Insofern ist natürlich auch hier etwas, dass wir auch aus dem Umstieg des Web 2 noch kennen, dass sehr oft im politischen Diskurs von etablierten Playern natürlich auch Angst geschürt wird gegen ein neues Asset. Teilweise gerechtfertigt, teilweise weniger. Ein weiteres Regulatory Challenge ist natürlich, wie gehe ich mit der Regulierung eines neuartigen Assets um. Das ist so ein bisschen, gebe ich es in existierende Boxen, also versuche ich existierendes Recht auf diese neue Kategorie anzuwenden oder schaffe ich eine gänzlich neue Regulierung. Bedeutet, ich sehe, dass diese Assets eine, also Merkmale haben, die individuell sind, die neuartig sind und es bedarf dafür eines neuen Gesetzes, beziehungsweise einer neuen Herangehensweise. Das nächste ist, wie gesagt, Diversity of Use Cases, bedeutet, dass Assets einfach, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung für Cryptoassets, da das Wort Cryptoassets per se schon sehr viele Subbegriffe umfasst und als solcher nicht einheitlich reguliert werden kann. Wir haben Zentralisierung versus Dezentralisierung. Ein ganz, ganz großes Thema zurzeit im politischen Diskurs, auf das ich nachher noch ein bisschen eingehen werde. Wir haben dieses Thema mit Identifying Individuals und da wieder auch natürlich diese Spannung, das Spannungsfeld zwischen. Die Blockchain ist eine sehr transparente Technologie. jede einzelne Transaktion, die auf einer Blockchain grundsätzlich durchgeführt werden kann, kann nachverfolgt werden. Es ist so, dass eine Wallet natürlich nicht automatisch mit einer Person gelinkt ist, die dahinter steht. Ein Ziel des europäischen Regulators, vor allem im Bereich der Geldwäsche, war es daher in den letzten Jahren, diesen Link zwischen Wallet und der Person dahinter zu schaffen. Und das funktioniert im weiteren Sinne durch KYC, also durch Know-Your-Customer-Verpflichtungen, sowie durch KYB, Know-Your-Business. Es ist letztlich aber auch so ein Thema mit Regulatory Challenges von Tokenomics und Bridging the Gap between Real-World and Web-Free. Bedeutet, dass es natürlich immer ist, ich habe das einerseits die digitale Komponente, aber andererseits auch das reale Asset dahinter. Es ist heute das Thema Tokenisierung ein viel diskutiertes, jedoch vergessen viele, dass viele Dinge, die ich im echten Leben habe, nicht so einfach zu tokenisieren sind. Ein großes Thema, das zuletzt oft auch in der Academia diskutiert wird, ist die Tokenisierung von IP-Rights. Schaut man zum Beispiel in die USA, funktioniert aber die Übertrafung eines IP-Rights nur dann, wenn ich ein IP-Rights auch eingetragen habe in den öffentlichen Registern, das heißt dort einen neuen Eigentümer habe. Habe ich daher nur den digitalen Counterpart, also ein Asset, das dieses IP-Rights widerspiegelt und ich erhalte dieses, heißt das nicht eindeutig, dass ich auch Eigentümer dieses IP-Rights bin. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie soll ich das dann regulieren, also soll ich es in eine alte Box geben oder ein neues Regelwerk schaffen. Also insofern sieht man, man hat sehr viele Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss, um einmal dieses grenzüberschreitende Rahmen-Framework überhaupt schaffen zu können. So, jetzt vielleicht ein kurzer Exkurs nur, warum gibt es eigentlich keine One-Size-Fits-All-Lösung? Der Grund ist der, dass Crypto Assets per se die Use Cases sehr, sehr unterschiedlich sind. Wir haben Stable Coins, wir haben Exchange Token, wir haben Smart Contracts, wir haben Utility Token, wir haben Asset-Back Token, wir haben Alts, wir haben E-Money Token, wir haben NFTs. Es wird sehr, sehr viel unter dem Begriff des Crypto Assets, also des Crypto-Werts, zusammengefasst. Und das ist ein bisschen so auch das Thema, wie wollen wir das Ganze definieren? Es war in der fünften Geldwäsche-Richtlinie ist drinnen gestanden noch der Begriff Crypto-Währung, der dann weit verbreitet war. Im Endeffekt ein bisschen irreführend war, okay, was ist jetzt eine Währung? Ist Crypto-Währung eine Währung? Dann war es plötzlich keine, dann hat es plötzlich Crypto-Asset heißen, jetzt heißt es Crypto-Wert, laut der Mika, also das ändert sich. Gleichzeitig ist das aber nur ein Oberbegriff, der sehr viel untereinander vereint. Insofern keine One-Size-Fits-All-Lösung, weil ich kann Äpfel und Birnen nicht mit demselben Regulatorien unter einen Schirm packen, sozusagen. Das nächste ist, wir sehen auch, dass grundsätzlich Blockchain-Technologie per se sehr vielschichtig ist. Wir haben Settlement Layer, wir haben Asset Layer, wir haben Smart Contract Layer, wir haben Application Layer. Und auf jedem einzelnen dieser Layer, also auf jedem einzelnen dieser Ebenen von der Blockchain, bauen unterschiedliche Anwendungen auf. Insofern ist es nicht nur der Use Case eines Assets, sondern auch die Underlying Technology, die hier eine Rolle spielt. Wir haben das Thema, ganz, ganz großes Thema zur Zeit, auch im Zusammenhang mit Mika, die ja in einer ihrer Recitals sagt, okay, Mika soll keine Anwendung finden auf Fully Decentralized, Fully Decentralized Services and Applications. Die Frage ist, was bedeutet Decentralized und vor allem, was bedeutet Fully Decentralized? Wir sehen, dass grundsätzlich DeFi, also Decentralized Finance, ein Novum dasteht, dass es vorher solches nicht wirklich bekannt war. Grundsätzlich haben Individuen immer untereinander Finanztransaktionen über Intermediäre durchgeführt. Nunmehr ist es aber so, dass mehr und mehr Macht sozusagen in die Hände von einzelnen Personen gelegt werden, insofern diese nun durch Crypto Assets auch reine Peer-to-Peer-Transaktionen durchführen können. Das Problem, das sich aus regulatorischer Sicht daraus stellt, ist, dass das uns bekannte System, wie wir den klassischen Finanzmarkt jahrzehntelang reguliert haben, so nicht eins zu eins anzuwenden ist. Warum? Weil wir das Problem haben, jetzt mit Crypto Assets, dass die klassischen Finanzmarktsregulatorien meist auf die Service Provider abgezielt haben. Das waren immer die Intermediäre. Das bedeutet, dass sehr viel abgezielt hat auf Banken. Wir sehen das jetzt auch mit Mika, die natürlich auch wieder eine Service Provider Regulation ist, also Verordnung ist. Und hier vor allem im Crypto Assets Service Provider per se gewissen Verpflichtungen unterzieht. Und genau dasselbe gilt auch für das neue AML-Paket, das neue Geldwäschepaket oder die DRC 8, die neue Directive and Administrative Cooperation, das ist die Steuerrechtsberichtspflichten-Richtlinie der Europäischen Union. Warum ist jetzt DeFi so schwierig? DeFi ist sehr kompliziert. Auch DeFi, grundsätzlich die Architecture von DeFi, habe ich hier kurz aufgezeichnet, beziehungsweise hier das genommen aus einem Paper, damit man versteht, was technisch dahinter steht. Dazu mache ich jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen. Wir sehen aber trotzdem, weil auch wenn man von DeFi redet, Peer-to-Peer, die Signifikanz von DeFi ist enorm. Wir sehen mittlerweile, dass DeFi-Transaktionen einen wesentlichen Prozentteil der Transaktionen im CryptoAsset-Bereich ausmachen. Bedeutet, dass eigentlich mittlerweile mehr DeFi-Transaktionen durchgespult werden als CeFi-Transaktionen, also Centralized Exchanges, das bedeutet Transaktionen über Kryptobörsen wie Bitpanda, Binance und Kraken. Wir sehen, dass es gewisse Charakteristika für DeFi, die ich hier auch aufgezeichnet habe und die muss ich im Detail anschauen kann, die natürlich gewisse rechtliche Implikationen haben, die sich damit wieder im weiteren Zusammenhang stellen. Es macht natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied, ob ich selbst verantwortlich bin für meine Transaktionen. Bedeutet, wenn X zu Z eine Transaktion durchführt, dann sind nur die zwei involviert. Dann können Sie sich an keinen Dritten halten, der dazwischen steht und schuld ist, wenn etwas schief geht. Es liegt plötzlich beim Individuum und das ist eine Situation, mit der wir bis dato nicht wirklich umgehen können und die wir jetzt neu für uns herausfinden müssen, wie wollen wir das Ganze regulieren. Frage auch, wollen wir das Ganze überhaupt regulieren? Ist die Frage, schafft man es nicht, dass man vielleicht wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit dem Individuum zurückgeht? Ist das der richtige Ansatz? Das sind rechtsphilosophische Fragen, die hier auch viel mit einfließen. Vielleicht auch hier noch kurz, DeFi ist super breit. Also wir haben Payments, wir haben Infrastructure, wir haben KYC-Identity. Wir haben ein großes Thema, zum Beispiel auch im Decentralized Finance, das jetzt ein Thema wird, ist mit Digital Identity. Ist ja auch ein Blockchain-basierter Use Case, der in Europa in den nächsten Jahren sicher ganz spannend wird und auch sehr viel, wo sich sehr, sehr viele Fragen vor allem in datenschutzrechtlicher Hinsicht ergeben. Potential Benefits of Decentralization. Noch ein paar hier aufgezählt, gleichzeitig aber natürlich auch eine Multitude of Potential Risks. Also es ist immer ein bisschen dieses Risk-Reward-Ratio bedeutet, was bin ich bereit als Gesetzgeber hinzunehmen, um gewisse Vorteile auch wieder in Kauf zu nehmen. Und ich spreche das Ganze an, da das ja eine wichtige Frage ist. Wir haben hier ein Phänomen, das mehr und mehr zunimmt auf internationaler Ebene und das, wie ich vorhin gesagt habe, aufgrund der Borderless Technology nicht einfach von Jurisdiktion und Jurisdiktion unterschiedlich geregelt werden kann. Weil es ist einfach etwas Globales. Insofern sind das alles jetzt auch Sachen, die, und das sieht man unten auch bei der Quelle auf dieser Folie, im Rahmen zum Beispiel der OECD diskutiert werden. Das bedeutet, dass hier Staaten Experten zur OECD schicken und diese sich dann zusammensetzen und hier diskutieren, okay, was sind jetzt die Risiken und was sind die Vorteile von Cryptoassets, was sind die Risiken und die Vorteile von DeFi, was sind die Risiken und Vorteile von CeFi und wie sollten wir das Ganze bestmöglich regulieren. Und hier natürlich einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, ist je nach Sensibilität der Materie oft schwierig. Vielleicht auch dann noch weiter runtergebrochen dann auch, und da sind wir auch wieder bei diesen Expertengruppen, die dann zusammensitzen. Wir sehen markante Unterschiede in den Rechtstraditionen. Es ergeben sich aufgrund der Vielzahl von Use Cases einfach auch sehr viele Fragen. Wir haben unter anderem, wie schaut es mit der Durchsetzbarkeit von Blockchain-basierten Transaktionen aus. Wenn wir sprechen von der Tokenisierung von Real Estate, also von Liegenschaften, wie machen wir das mit Notariatsakten, mit notariellen Beglaubigungen? Brauche ich hier eine nasse Unterschrift, wie sie in der Schweiz zumeist vorausgesetzt wird? Wie ist das Thema mit fungibel und nicht fungibel? Was ist mit dem sogenannten Oracle Risk bedeutet, die Person, die Informationen aus der echten Welt in die Blockchain hineinspielt? Wir haben ein ganz großes Thema zurzeit, sind DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Bedeutet, das ist eigentlich eines der größten Errungenschaften des Decentralized Finance, sind diese DAOs, die eigentlich ein komplett neues Konstrukt etablieren, und in dem Zusammenhang gerade auf der Europäischen Union auch diskutiert wird, wie das Ganze zu regulieren ist. Manche sprechen davon, dass es nach dem deutschen Konstrukt, das man auch in Österreich kennt, reguliert werden soll im Rahmen einer Unternehmung. Das heißt eigentlich ein loser Zusammenbund. Spannend, spannende Fragen, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch für viel Diskussionsstoff sorgen werden. Und letztlich natürlich auch die Frage des Main Economic Questions, also die wirtschaftlichen Fragen. Was ist der Aided Value und was ist die Praktikabilität von gewissen Assets? Das bedeutet, es ist natürlich viel Schindluder auch getrieben worden in den letzten Jahren, die sehr viel negatives Licht auf Cryptoassets geworfen haben, wo teilweise Märkte massiv manipuliert worden sind, einige Leute sehr reich geworden sind und andere sehr viel Geld verloren haben. Und das ist etwas, das summa summarum dazu führt, dass natürlich auch jetzt in den jüngsten Diskussionen sehr, sehr oft der Verbraucherschutz in den Vordergrund gestellt wird. Und es ist für mich sehr, sehr wichtig und das ist etwas, das man dann oft auf einzelstaatlicher Ebene nicht mehr sieht, dass man auch erkennt, woher gewisse Schutzbestimmungen in internationalen Vorgaben kommen. Und das ist das genau aus dem Resultierenden. Was ist jetzt Regulation in Practice? Let's conceptualize. Also ich habe vorher gesprochen, wir haben einen Bärenmarkt gehabt, aber wir haben Regulatory Spring sozusagen. Also bedeutet, dass weltweit Regulierung geschaffen wird. Wir haben das in Lateinamerika, wir haben es in den USA, wir haben es in Mena Dubai, Asien ist groß dabei, Japan und natürlich die Europäische Union. Und hier vielleicht so wieder das Thema, do it like the EU, geopolitics. Wenn man sich das Ganze ausschaut, man spricht in dem Zusammenhang vom sogenannten Brussels-Effekt. Ich habe ja vorher gesagt, the EU likes to regulate. Bedeutet, Regulierung, die die EU trifft, wird oft zu einem globalen Mindeststandard. Wir haben das vor allem gesehen im Zusammenhang mit der DSGVO, also GDPR, die heute wirklich global fast im gesamten Web2-Anwendung findet. Insofern wird es spannend sein, inwiefern das jetzt Mika schaffen wird. Ist Mika the one regulation to rule them all? Das ist so ein bisschen Kernfrage, die sich gerade viele stellen. Viele Staaten, vor allem jetzt im internationalen Diskurs auch, schauen sich Mika gerade sehr genau an. Sie sehen sich an, wie Mika in der Praxis umgesetzt werden wird. Sie sehen sich an, was die wirtschaftlichen Konsequenzen sind. Und sie sehen sich allen voran an, wie der Markt das Ganze aufnimmt. Führt es zu einem florierenden Markt innerhalb der Europäischen Union? Oder wird es doch eher zu einem Wegzug und zu einem sogenannten regulatory arbitrage führen? Eine Frage, die wahrscheinlich erst die Zeit, time will tell sozusagen. Meiner Ansicht nach ist Mika auf jeden Fall ein erster Vorstoß in eine Richtung, und man sieht es auch im politischen Diskurs, der von sehr vielen geschätzt wird. Welches? Warum? Weil es tatsächlich der Markt ein wilder Westen war. Wir schauen 2017, sehr viele ICOs, sehr viele Leute haben sehr viel Geld verdient, sehr viel Geld verloren. Insofern ist es gut und sinnvoll, wenn wir hier mit einer gewissen Regulatorik voranschreiten. Wir haben, wie gesagt, Crypto Taxonomy, wir haben die Entities, wir haben gewisse Sachen sind in scope, out scope, jedoch natürlich nicht one regulation to rule them all, sondern, wie die Europäische Union es mag, sehr viel Knärschnitz-Materien. Wir haben die Mifid, wir haben die nationalen einzelstaatlichen Bestimmungen, wir haben das DLT Pilot Regime, wir haben die Transfer Funds Regulation, wir haben jetzt gerade den, also Sachen, die verhandelt werden, beziehungsweise gerade angenommen wurden, Data Act, das AML-Paket, wir haben die DAC8, man sieht, es kommt aus allem was zusammen, Datenschutz, Geldwäsche-Bestimmungen, dann steuerrechtliche Implikationen, die mehr und mehr Beachtung finden in letzter Zeit und noch mehr, wir haben ein Produkt Liability, wir haben die PSD3, wir haben einen digitalen Euro, der sehr viel diskutiert worden ist und im Endeffekt jetzt nicht auf einer Blockchain basiert, insofern mit Krypto eigentlich relativ wenig zu tun hat, aber oft im politischen Diskurs als das Krypto-Asset bezeichnet wird, also ganz spannend eigentlich. Wir haben die Frage, die sich jetzt auch zunehmend stellt, Regulierung für Decentralized Finance, ja oder nein? Sollten wir hier etwas schaffen, brauchen wir eine Mika 2? Alles Fragen, die gerade heiß diskutiert werden und bei denen wir sehen, wohin sich der Markt entwickelt, weil zur Zeit gibt es hier keine klaren Tendenzen. Und vielleicht, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, die essence of strategy is choosing what not to do. Ein sehr cleverer Satz bedeutet im Wesentlichen, konzentriert euch auf das Wesentliche und schaut, dass man nicht überreguliert, ganz, ganz wichtig. Vor allem in einem jungen Markt, der jetzt wie Krypto-Assets wächst, braucht man auch einen gewissen rechtlichen Rahmen. Wie gesagt, ist ein Thema, das auch im Diskurs jetzt mehr und mehr Beachtung findet, aber dennoch vielleicht eine ganz spannende Übersicht hier. Das ist die EU-Legization im digitalen Sektor und das sind die Enforcement-Mechanismen. Also stellt sich die Frage, inwiefern es dann in der Praxis tatsächlich Beachtung findet. Aber wie gesagt, die EU mag regulieren. Wir sehen, wohin das gehen wird. Es sind viele spannende Fragen, die sich in der internationalen Krypto-Regulatorik stellen. Und ich hoffe, dass ich euch heute einen guten ersten Einblick dazu geben konnte. Für Fragen stehe ich euch gerne per E-Mail oder auch auf LinkedIn zur Verfügung. und sage danke für die Aufmerksamkeit.